Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Kommst du klar? Ich komm klar Ich komm klar Untertitelung des ZDF, 2020 Sicherheitsverstoß! Erle richtig! Ihr habt, was ihr wolltet. Ihr müsst uns doch nicht umlegen. Bisks Territorium gehört uns. Nicht heute. Hi, Willy. Du. Nette Overall. Macht echt schlank. Halt ich aus meinen Geschäften aus? Warte, die Dämonen. Wer ist die Anführer? Rette meine Männer, dann sag ich's dir vielleicht. Schurken vor anderen Schurken retten. Ich hatte mir den Tag irgendwie anders vorgestellt. Huhr dich aus! Ich schwer sie ab! Ich geh nicht hin! Ich expertise nicht mehr Januar. I Century dr går nicht mehr. Ich verstehe zwei Irophen Reise über diese Anführeras, ich spreche ihn. T necessity, die màreine Armel. Halt man! Halt man das her, viele Klamotbräste. Ja, disability Runke. Ich hab mich nur auf. Das war's. Ihr beiden bleibt hier und wartet auf die Polizei. Bleibt, wo ihr seid! Bitte, bleibt zurück! Glaubt ihr, Fiss wird euch nicht finden? Ihr seid zu guten! Er wird euch töten! Er wird euch ausdrehen! Ich schwinge besser außen herum, um nach Fisks Männern zu sehen. Ich schwinge das! Ja! Hey, Dekachen! Du musst die Überlebenden schnell finden. Wetter! Verräter! Alles okay? Man... Wöhn! 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 Oh, der Abdeck ist mehr langscht! Gut, ich hab Ihre Aufmerksamkeit! Prima. Ich bin wieder unsichtbar. Dramatisch werden in der Branche aufgetan. Dramatisch, die sind wir bei uns. Wie ist die Takt zettet? Entfernen wir uns. Ich hätte sie erledigt, aber klar. Fisk, deine Männer sind sicher. Du bist dran. Wer führt die Dämonen an? Vielleicht ist er da. Vielleicht aber auch nicht. Schieh mal auf dem Dach nach. Ich habe das kryptische Gerede von Fisk vermisst. Nein, bitte! Hallo noch mal. Ach, komm schon! Na, 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 nein! Ja, na, 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 na. Dach! Los, los, los! Ist das echt passiert? Ja. Mir wird hier gerade ein Helikopter mit einer Abrissbirne gemeldet. Ja, die Sache mit den Dämonen wird kompliziert. Warte ab, Yuri. Ich schaffe das. Bitte, lass mich das schaffen. Boah, Raketen! Was macht mich krank? Ist das echt passiert? Ja. Mir wird hier gerade ein Helikopter mit einer Abrissbirne gemeldet? Ja, die Sache mit den Dämonen wird kompliziert. Warte ab, Yuri. Ich schaffe das. Bitte, lass mich das schaffen. Boah, Raketen! Der Helikopter zerstört die Stadt. Ich weiß. Du musst ihn runterholen. Ich weiß. Könntest du das Superhelden-Ding beschleunigen? Ich arbeite dran, Yuri. Ich melde mich. Ich bin jetzt noch Schmutz. Ich bin ein Schmutz. Wenn das für dich. Wenn die Dämonen stimmen, dannst du für dich. Ich bin eine Bissung in der Ebene. Ich bin ein Säge für dich. Ich bin ein Säge für dich. Ich bin eine Dämonen. Ich bin ein Säge für dich. Ich bin ein Säge für dich. Ich bin ein Säge für dich. Das ist meine Chance. Ah, hoffentlich überlebe ich das. Hi, ist das die Maschine nach Nuwok? Ich muss Sie bitten, den Helikopter zu landen, Sir! Ich muss die Motoren des Helikopters deaktivieren. Das ist euer Masterplan? Fisk zu ersetzen? Fisk ist nur der Arme! Ein Motor ist aus! Jetzt der zweite! Ich brauch einen Plan! Und zwar schnell! Schätze, das ist der Plan! Komm, Juppy, du schaffst das! Du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das! Du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das! Ich brauch einen Plan! Und zwar schnell! Schätze, das ist der Plan! Ich brauch einen Plan! Ich brauch einen Plan! Und zwar schnell! Du schaffst das! baseball desert das nicht! Ich muss die. Wer ist das, wir sind wirklich nicht wichtig? Ich brauche einen Plan. Und zwar schnell! Schätze, das ist der Plan! Komm, Truby, du schaffst das! Du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das! Bitte vermassel das nicht! Die Masken sind echt toll! Wo habt ihr die her? Cool, danke! Haben die ne Website? Wups! Hey, Yuri! Ich hab die bösen Jungs, aber... Aber was? Besorg dir lieber ne Leiter. Hey, Miles! Hey, Fanboy! Mest, ich bin zu spät. Kommst du? Nein, ich muss zum Rathaus, zu Dads Zeremonie. Oh, stimmt. Sag deinem Dad meinen Glückwunsch. MJ, hat die Zeremonie schon angefangen? Sie sind noch bei den Vorbereitungen. Wo bist du? Ich wurde aufgehalten. Bin gleich da. Hauerts Taube. Bleib hier! Ich tu dir nichts! Hoffentlich sieht mich niemand. Ein Kampf mit einem Helikopter und einem Kran hoch über unseren vollen Straßen, auf die er jederzeit in einem flammenden Feuerball der Vernichtung hätte stirbt. Denken Sie noch immer, der Spinner beschützt Menschen wie Sie an. Das Richtige? Das Richtige wäre, die Profis zu rufen. Mein Sohn dient stolze in der Air Force. Er hat tausende Flugströmen absolviert und trainiert seit Jahren, um unser Land zu beschützen. Aber er ist nicht gut genug. Natürlich ist er das, aber er war nicht hier. Spider-Man schon. Sobald er es so wollte, er würde nie das Rampenlicht mit jemandem teilen. Jetzt reicht es, ich habe keine Lust mehr, das Offensichtliche zu erklären. Ab zur Werbung. Zwei Asperin und was gegen Sohn brennen. Sofort! Felicia glaubt, sie spielt mit mir. Aber ich erfahre bei jeder Szene etwas Neues. Beide und was ging, was Sie dürfen Ihnen war. Es ist eine eine, Fürsonendität. Geschafft! Hier wohnt ein bekannter Anwalt. Sie will an die Kundenliste ran, um neue Opfer zu finden. Ich muss leider zugeben, dass sie eine schlaue Katze ist. Alle Einheiten. Officer von maskierten Fendt genagelt. Officer im Mode-Fürde genötigt. Alle Einheiten. Officer unter Beschuss durch maskierte. Brauchen Verstärkung im Miet-Perklein. Komm schon! Wie schnell! Okay! Okay! Was ist das? Aha. Cornelius Van Lantz Wohnung. Sie sucht sich immer Orte mit kostbaren Unikaten. Wahrscheinlich arbeitet sie für jemanden, sonst könnte sie einfach Bargeld stehlen. Kaufüberfall! Verdächtige sind bewandtet. Mit Vorsicht näher. Der nächste Officer bitte nach Rosevale. Sie fliegt weg. Die Taube kennt sich in der Stadt besser aus als ich. Die Taube! Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, Kinder. Schluss jetzt. Sonst ist euer Panzerknacker-Spielzeug weg. Okay. Das war's für heute. Ich denke, das war's. Alle okay? Die Dämonen kämpfen wie besessen. Achtung, Einheiten. Verdächtige greifen gepanzertes Fahrzeug an. Officer in der Nähe, bitte ins West Village. Die Dämonen kämpfen wie besessen. Officer benötigt beim Civic Center. Die Dämonen kämpfen wie besessen. Untertitelung des ZDF, 2020